Herzlich Willkommen auf meinem Kanal Marcel Darf ist unserer neuen Folge Rusty Lake Hotel Falls euch im Laufe des Videos heute denkt, ja wir hatten doch das schon mal, so wir haben was übersprungen weil ihr das vielleicht woanders gesehen habt, das liegt daran, dass ich gar nicht schon was aufgenommen habe aber als ich mein Spiel dachte, so und mein OBS dachte, ja nie, nö, es muss mir jetzt nicht mal nicht den Hintergrund anzeigen deswegen ist es jetzt ein bisschen blöd gelaufen Was ist das für ein Typ? Du, und? Nein, hallo? Ohne ein Stüttel, hallo? Ich war doch sehr stabil aus, also deswegen nur, dass ihr Bescheid wisst Da-da-da-da-da Wer ist da, wie meins? Der ist immer nicht betreten Will nicht mehr unten, weil nicht mehr unten, achso Wer ist denn da drin? Ok, wen haben wir noch da vorne? Ah, ok, die habe ich ja gerade nie gehabt Immer schon, Mr. Deer Mr. Boar Mr. Boar Hier ist der andere So, warum machen sie mir ein Sandwich? Du wirst dein Sandwich noch erfahren Ja, warum hat er da einfach von der Axt hingehen? Wildschweinkot Super, als ich das jetzt habe, danke Okay Ich vermute einfach mal, dass ich das so machen muss, oder? dass ich das so machen kann. Ich will die haben, hallo, gib mir die doch! Wenn man mal bedenkt, dass das eigentlich keine Kacke ist, aber... Opiumpfeife Die muss ich aber irgendwo zusammenschneiden Das machen wir Ich wissen, wie ich das mache Ich will noch ein Sandwich ersack Jetzt schon, weil sonst jetzt schon Blut rauskommt Das ist doch nicht so geil, was der macht Wie? Wie? Du Hölle, komm da Tomaten raus Mach mal ein Sandwich, ja? Ich mach dir doch ein verdammtes Sandwich mit einem Scheiß Ich steine... Sandwich scheiße da Ja, muss ich jetzt noch machen, den Brot servieren Ja... 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 Ich muss mir irgendwie auch die Pfeife zusammenbauen jetzt recht so mach mit uns geht das dann eigentlich jetzt auch den opium nicht zurückgerundet geht bei dem teil wenn sie mit der gäste abend ist eigentlich besser gesagt rabe ja gleich ist so ein richtiger der ist gerade auf dem drogenrausch mal ja das noch rabe und da rabe noch hallo will sie mich noch halten hallo auch m r ich habe eine klinge bekommen was muss ich mit der klinge machen ich klinge also irgendein ziel rabe jetzt weg zu ihm gehen und machen so zack zack weg mit dir machen sie mal der drei scheiß ersten affen auf sich wahrscheinlich den filter will wie das macht auch nichts wahrscheinlich ich muss irgendwie wissen mit den drei affen macht hinter können die lampe ist ja so wenn das noch mal so die ich auch so nicht ab so müssen weiter runter muss machen während er da ist sie soll auch in den wänden halt überhaupt nicht so selten dem moment könnte so ich will dann beenden wie die folge jetzt wenn ihr mir weiter empfunden wisst was ich machen muss bleibt gerne kommentare und dann bis zum nächsten mal bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal